Hallo meine Lieben, ich wollte nur mal gesagt haben, weil einige in Kommentarbereichen schreiben, ich hätte Bitcoins oder so einen Schwachsinn oder so ein elektronisches Geld empfohlen. Und meine früheren Zuschauer von meinem alten YouTube-Kanal wissen, dass ich darüber mindestens fünf Filme gemacht habe, wo ich mich gegen Bitcoin geäußert habe. Und da habe ich genug Schläge auch einstecken müssen. Ich habe immer gesagt, ein Schreiner oder ein Maurer oder was auch immer, ein Handwerker, das ist was, was Geld wert ist. Natürlich ist Geld auch nicht unbedingt was wert, wie viele wissen. Aber zu behaupten, dass ich jemals Bitcoin empfohlen habe, ich habe noch nie, mein Lieben, Bitcoin oder so etwas empfohlen. Noch nie. Und wenn es irgendwelche Vollidioten behaupten, es wird so viel behauptet immer, dann sollen sie mal irgendwelche Beweise zeigen. Ich habe so einen Schrott, habe ich noch nie empfohlen, okay? Weil einige hier bei irgendwelchen Bitcoin Sachen da mitgemacht haben sollen und Geld verloren haben. Ich habe damit nichts zu tun, okay? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer schon gegen Bitcoin geredet habe. Immer schon, okay? Wenn es jemand gemacht hat, das ist seine Sache. Ich sage immer, bevor irgendetwas, dann, wenn überhaupt, dann Gold, Geld nicht unbedingt, wenn überhaupt, dann Gold. Aber auch Gold ist nicht so wichtig. Eher Handwerksgut oder Wohneigentum. Das ist natürlich viel mehr wert, okay? Nur mein Tipp, jeder kann machen, was er will. Das ist euer Zeug. Aber dann behaupten, dass ich das empfohlen haben soll, ja? Wer da Probleme damit hat oder irgendwas verloren hat, soll sich an denjenigen wenden, wo das empfohlen hat. Ich habe damit nichts zu tun, okay? Und wer das gemacht hat, keine Ahnung. Im Internet gibt es ja genug, die über sowas positiv berichten, ja? Und dann, wenn du dir mal darauf ansprichst, dann, ja, also, bitte bleibt immer bei der Wahrheit. Und alle, die irgendwie Geld irgendwie sicherstellen wollen, bevor der Zusammenbruch kommt, denen kann ich nur sagen, bloß nicht sowas. Bitcoin oder all diese anderen, das war Schwachsinn. Es gibt da hundert verschiedene oder mehr Arten davon. Ja, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, wer da mitmacht, sorry, der hat einen an der, ne? Okay, also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe damit nichts zu tun und ich empfehle jedem, sowas nicht zu machen, okay? Also, liebe Grüße von mir. Haltet die Ohren steif und nicht nur die Ohren.